Zwölf Kinder der Arbeiterwohlfahrt Kindertagesstätte am Fahrhof sind derzeit einmal in der Woche Künstler. Unter Anleitung von Kunstpädagogin Heike Seifert und unterstützt vom Verein der Kunstfreunde Bad Zwischenahn sowie von der Artothek Oldenburg erarbeiten sich die Fünf- und Sechsjährigen die Entstehung eines Kunstwerks. Fünf Vorlagen durften sie aus der Artothek ausleihen. Kunst geht auf Reisen, heißt das Projekt daher auch, das vom Bundesverband Museumspädagogik gefördert wird. Erlaubt seien dabei alle Techniken, erläutert Heike Seifert. Bauen, kleben, malen und drucken.